Natürlich kein Ticket dabei, springen, aufrennen, rausschlag, lang hin, plötzlich über mir, ungelogen. Fünf von denen. Fünf gesagt, genau schön. Ich hab mich gefühlt wie ein Verbrecher. Ich mein, sieht so ein Verbrecher aus? Warst du schon mal in Paris? Ich mein, es ist immer in Paris, die Stadt der... Ich mein, es ist immer in Paris.